Also hier, guck mal hier, hier was ich gefunden habe hier, ein nitten Gürtel hier, hier war wohl mal ein heavy metal star hier drin, hier schon mal hier, in den letzten Folgen hier, hier, also, du kannst hier viel Mist finden hier, was die alles da hinterlassen habe hier, du findest alles hier, das aber hier sieht aus, ich weiß nicht, wie das sonst gemacht worden ist hier, weißt du hier, da ziehen die raus hier aus dem Camp hier, kommen da wieder am Flughafen an hier, es wurde nie irgendwie was gezeigt, was ist mit dem Camp los, hier, von einmal kommen die neuen Leute hin, ist da das A, B dreckig oder war da Putzfrau oder was hier, und das werde ich hier genau gucken jetzt alles, und, ich werde hier alles reparieren, ich werde hier versteckte Sache finden, und hier, ich mache mir sehr viele Gedanken, wer hier wieder reinkommt, Camp hier, Champ oder was hier, hier, heavy metal hier, hier, und bis dann, mach's gut hier, auch hier vielleicht kostenlos abo kommt kein zeitung und nix hier also was gut hier